hallöchen meine lieben freunde da bin ich wieder zurück bei einer weiteren folge von notruf 12 die simulation 2 der zweite zahl nicht erst hier können wir komplett bestimmen was wir machen auf den einsatz abbrechen trägt oder wenn direkt vollständig zu ende machen richtig kennrichtung falsch hier ja auf jeden fall ja auch mal schauen wir setzen auf jeden fall ganz hin und warten noch in diesen einsatz jetzt mal schauen wann er kommt auf jeden fall ja mal schauen wo scheint kommt keiner stuhl oh einsatz kommt hier was gutes Achtung brandschutz container brand einsatz für tlf1 kontainer brand also jetzt auf freetock ne schon wieder container brand ey was soll das denn wieso muss immer container brand sein mama also jetzt auf freetock es nervt wirklich nur container brand wirklich nur container brand egal wenn das so sein soll dann ist es so wir fahren jetzt noch zum einsatz mit den schönen stück den fuck wie heißt das ding denn jetzt tlf oder so ja tlf ich bin wieder rein mit den 4 1000 9 5 5 4 5 5 14 Ja, genau. Einmal die Eingang. Ja, genau. Ich bin einbekommen. Wir sind einbekommen. Wir sind einbekommen. Auf jeden Fall müssen wir gleich da sein, sehen wir da, oh oh, hier auf diese Gebäude, okay So, müssten wir uns mal beeilen Also zur Nordregion Wähl dir mal alles vorsichtshalber nach Ich weiß nicht Wasserankerung und Löcherangriff Wie sich das hier ausrichtet, ist Feuer Ich weiß nicht ob das Brandstiftung war, gehen wir mal selber gucken Was soll das da hinten? Oh, Iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ich muss die allein beißen. Ich weiß, was ich ganz schön. Ich werde von da kommen. Koralle von da, ist die Woche dahinten? Ja, die ist dahinten, ja. Kuckuck! Ich muss ja jetzt die Dünne absetzen. Sooo, wo sind die beiden schönen? Ist das nicht hier irgendwo gewesen? Wo war denn dieser Scheiz? Die Tomelette blöde durch die Rand. Da, 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 da. Da, 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 da. Die Stromk Holly, dieser ist ja auch wichtig. Der Keilige ist ja auch nicht die Deine Motoren, guter, der Keilige hat. Der Keilige ist auf dem Held. Das ist ja nicht so, nein, nein. mal kurz gucken wenn das schon war mal schauen mal schauen meine lieben Freunde ich hoffe der ist nicht so ich glaube der ist was nee das ist perfekt Leute wie soll ich so viel gerufen so hör mal das packen die alle schon zusammen das ist mir zu aufwendig und das ist mir zu lange abpacken zu abpacken vor allem Leute zusammenpacken ich meine ich doch er kann euch schon mal einrücken abrücken abrücken so 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 können wir auch auf den Gönnen. Wer ist eigentlich? Hallo, da war ich. So Leute, mit der Folge war es an der Stelle erstmal. Ich danke fürs zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf der Wache. Ciao!